Sie wollen ja Reformen anstoßen. Jetzt hat der Papst ja schon Nein gesagt. Der Papst hat nicht Nein gesagt, sondern der lässt uns laufen erstmal. Ich hätte stattdessen einen Geheimtipp für Sie. Brandheiße Sache. Und zwar gibt es da so eine ganz neue Gruppe. Die haben all das, was sie fordern, schon umgesetzt. Die nennt sich die Evangelische Kirche. Ah ja, die gute Evangelische Kirche. Bei den Evangelen, da laufen die Mitglieder ja auch weg. Aber halt mit Frauen und mit Sex. So ist es. Und bei uns ohne Frauen und ohne Sex. Also Sie kommen rüber, verstehe ich richtig, oder? Ciao. Ja, wieder einen überzeugt.